Hallo und herzlich willkommen zum Sominum TV. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind, wenn es um den Sominum und den Sinum geht. Nach einem leider schneearmen Winter, freuen wir uns nun auf die kommende Sommersaison. Schon jetzt werden die ersten Wanderwege sowohl auf dem Sinum, als auch auf dem Sominum angelegt. Diese werden durch Wiesen, Wälder und Täler angelegt. Verschiedene Gezeiten sorgen für erlebnisreiche Wanderungen für jedermann. Zusätzlich werden die drei Almen auf dem Sominum mit Sonnenterrassen ausgestattet, so dass man nach einer anstrengenden Wanderung in der Sonne chillen kann. Für Bergsteiger werden nun optimale Felsen ausgesucht, so dass sowohl Anfänger, als auch Fortgeschrittene gefordert werden. Auf dem Sinum ist schon seit längerer Zeit eine weitere Seilbahn in Planung, die Panoramabahn. Diese wird im kommenden Sommer ihren Betrieb aufnehmen. Die nun genannten Ereignisse, wie das Wandern, die Sonnendecks oder die Neue Bahn sind Gründe für einen erlebnisreichen Tag auf einem der beiden Berge, dem Sinum und dem Sominum. Informationen, Live-Wetterberichte und Aktuelles finden Sie unter www.sominum.jindo.com Es geht weiter. W Sie How